hey servus heute zeige ich dir eine ganz coole geschichte spiel einfach auf der g seite eine ganz normale tonleiter diese besteht aus insgesamt acht tönen und hat zwischen dem ersten und zweiten ton einen ganz ton zwischen dem zweiten und dritten ton ebenso ein ganz ton acht ton zwischen dem dritten und vierten gespielten ton ein halb ton auf dem fünften wieder ein ganz ton auf dem sechsten ganz ton auf dem siebten einen ganz ton und zwischen dem siebten und achten ton ist wieder ein halb ton dann geht es auf der h seite weiter die tonleiter einfach von h bis h c d e fis g a und h zusammen im wechselspiel mehr ds heute ja 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 ja